Blackrocks Bitcoin-ETF iBit verzeichnet größten Zufluss seit Juli. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA bringt frische Mittelzuflüsse in Bitcoin-ETFs. Der Blackrock-ETF ist dabei Spitzenreiter und verzeichnete am 26. August mit 224 Millionen US-Dollar die höchsten Zuflüsse seit dem 22. Juli. Die anderen Anbieter Bitwise, VanEck und Fidelity verzeichnen dagegen Abflüsse von insgesamt 32,1 Millionen US-Dollar. Laut Coinshares-Bericht flossen vergangene Woche 533 Millionen US-Dollar in digitale Asset-ETFs, der größte Zuwachs in fünf Wochen. Die Bemerkungen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell beim Jackson Hole Symposium befeuerten die Zuflüsse in Bitcoin. Der BTC-Kurs legte danach eine Rallye hin und notiert aktuell knapp unter 63.000 US-Dollar. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.